AVL-Kündigungen dank schwarz-grünem Autofahrer-Bash. Der ganze Automobilreise AVL muss zwei Niveau stehen und abbauen. Hier handelt es sich nicht bloß um eine hohe Zahl, sondern hinter jedem einzelnen Arbeitsplatz steht ein Mensch, der zukünftig ohne Arbeit arbeitet. ÖVP und Grünleib ist das egal. Tagtäglich verdammen sie die Autofahrer, erfinden neue Schikanen, erhöhen die CO2-Steuer und betreiben ein Autofahrer-Bashing der übelsten Sohn. Die FPÖ hat stets davor gewarnt, dass dieser Klimafonadismus extreme Nachteile für den Wirtschaftsstandort mit sich bringen wird. Die ÖVP hat den täglichen Wahnsinnigkeitschaften aus dem grünen Umweltschutzministerium nichts entgegenzusetzen. Hast du auch mal den Eindruck, dass der schwarze Landeshauptmann Christoph Beckschler die heimische Autoindustrie längst aufgegeben hat? Nur mit einer FPÖ der Regierung ist ein Abschied von der Klima-Hysterie garantiert. Als Normaldenkende werden wir uns mit Hausverstand für unseren Produktionsstandort und für unsere normaldenkenden, hart arbeitenden Landseite einsetzen.